Das Bild ist jetzt abgeschlossen. Nach eineinhalb Monaten rund über 85 Stunden. Es fühlt sich nicht gut an. Ich denke, es ist auch noch lange nicht alles gesagt. Da wäre noch einiges drin gewesen, aber ich kann unter diesen Umständen einfach nicht mehr. Da wäre ich wieder so schön einsam gewesen vielleicht. Vielleicht hätte meine Seele dann noch etwas ausgespuckt. Ich denke, ich sollte gleich mit einem neuen Bild anfangen. Das wäre wohl die beste Variante, um mich über Wasser zu halten. Abgesehen davon, dass ich wie ein halber Streich so stinke, bewege ich mich in 20 Sekundenschritten voran. Und führe konspirative Diskussionen mit meiner inneren Hauptinstanz darüber, ob ich jetzt da lande oder geradeaus laufe. Wir machen jetzt eine Pause. Meine Seelenvögel sind auch da. Mit der guten Interspar-Plastik-Hüte unterm Hintern. Ich habe auf die Wiese gesagt. Und hoffe, dass keiner kommt. Und ich bin froh, dass ich los bin. Auch wenn sich das heute Morgen absolut katastrophal angezündet hat. Naja, mein Geburtstag droht mir in den nächsten zwei Tagen. Und ich habe wie von meinem Therapeuten gewünscht, einen Cortisol-Test machen lassen. Und das Ergebnis kam heute. Und wie erwartet, ist das Ergebnis zu hoch. Also, ich stehe unter Dauerstress. Dazu brauche ich keinen Cortisol-Test, das merke ich so auch. Das Thema rechte Hand. Das ist ganz lustig. Erstmal, wenn ich mein Dramal reinschmeiße, kann ich malen. Kann stundenlang malen. Und was sagt mir das jetzt? Weiß nur Psyche? Mein Geburtstag gestern habe ich im wahrsten Sinne des Wortes überlebt. Ich habe mir selbst ein Geschenk gemacht und mir für den ganzen Tag freigegeben und mich abgestellt. Mit zwei ordentlichen Dosen. Um das ganze Fiasko auszuhalten. Es ist immer ganz lieb und nett. Und diese ganzen Gratulationen und Geschenke. Aber ich kann damit nicht umgehen. Weil ich in mir drin so blockiert bin und dann nicht adäquat darauf reagieren kann. Und was unterm Strich bei rauskommt, sind unglaubliche Schuldgefühle. Naja. Ich bin eben ein seelischer Krippel. Und dass ich eben so ein körperlicher bin, wurde mir jetzt offiziell attestiert. Mein Behindertenpass ist da. Ich dachte schon, er kommt gar nicht mehr. Weil das jetzt einen Monat gedauert hat. Nun gut, jetzt ist er da. Jetzt steht mir die Welt offen. Und Ich weiß auch nicht, was ich zu dem Lauf von gerade vorhin sagen soll. Ob das jetzt positiv oder negativ war. Wäre ich in der Lage, optimistischer zu denken, könnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du bist nicht hingefallen. Tja, scheiße nur. Ich bin ein Zwangspessimist. Also keine Option für mich. Naja. Aber Hauptsache, mein Geburtstag ist vorbei. Scheiß Tag. Kann man aus dem Kalender streichen. Sehe ich nur scheiße aus, oder sehe ich nicht scheiße aus? Sollte mein kleines Problem sein. Der Lauf gerade eben, der war total für den Arsch. In den letzten Tagen konnte man bei all den Versuchen, so eine bergab verlaufende Tendenz beobachten. Und heute ist sozusagen der Gipfel der Teilfahrt erreicht. Ich kann es natürlich wie immer nicht einsortieren. Aber es ist nicht abzustreiten, dass ich psychisch in einem desolaten Zustand bin. Rumpelstülzchen ist unglaublich laut. Ich habe nichts Gutes in meinem Schäl. Erst recht nicht, wenn es darum geht, was ich mit mir selbst anstelle. Ich kann es nicht aufeinander informieren. Ich kann es nicht um rausgehen. Ich kann es aber ακ isch werden. Ich muss mich, Mileumbachung intensiv federale doulte Tinas Dokumentarfilm über mich läuft jetzt in Leipzig, tatsächlich bei dem großen Festival. Ich habe mich total gefreut. Irgendwie, ja, ich darf mich nicht freuen. Mein Körper macht heute wieder Anstalten. Und ich weiß nicht warum. Es war ein wunderschöner Herbsttag und ich hatte eigentlich einige Pläne. Aber mein Körper hat gesagt, nee, leg dich hier hinten, wenn es euch nicht hingekriegt. Aber es wird nicht besser, es wird nur schlechter. Jetzt habe ich meine Pläne begraben und es hat mir andere gebastelt. Warum tut der Scheißherbst so weh überhaupt nicht? Warum tut der Frühling weh? Ich habe nicht einfach, dass die Antwort drauf wäre. Ich war eher klar, da ist irgendwas passiert. Ich finde es so einfach. Ich bin mit Tinas Film früher zum, ich weiß nicht wieviel Mal da angeguckt. Und dann am Schluss hatte ich wieder ein Flashback. Und alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, war meine beschissene rechte Hand, die gerade mein Mittagessen festhielt. Und ich hatte keine Kontrolle mehr drüber und ich dachte, es muss jetzt, jetzt lässt sie los. Aber sie hat nicht losgelassen, aber sie gehörte nicht mehr mir. Und wenn ich mich da auf dieses Körperverlustgefühl konzentriert hatte, irgendwie so, als ob um mich herum irgendwas passieren würde. Warum erinnere ich mich nie endlich dran? Nichts, nichts, nada, kaum nichts. Oder für komplettes Körperversagen. Ja, jetzt gibt es das volle Programm. Weil ich abstellen, aufschlitzen, was ich halt so noch in meinem Repertoire habe. Ich hatte gestern einen neuen Gewichtstiefpunkt von 58,6. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt im Spiegel gerade nur eine fette Sau. Und die wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Fresse fliegen. Versuch Nummer XXXXX. Der Wind kommt aus Nordosten, was natürlich scheißkalt ist, aber dafür habe ich ihn in den Rücken und nicht von vorne. Sobald ich anfange, darüber nachzudenken, wie und wo und wann ich hinfallen könnte, werden die Beine komplett spastisch. Sofort, schlagartig. Sofort, schlagartig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin total paranoid und habe total Angst, immer dass irgendwo einer steht und mir zuguckt. Und am besten mich beim Stürzen beobachtet. Ergo, ich bin komplett spastisch. Und wenn ich mir ein Ziel setze, kann man mit hundertprozentiger Besichtigkeit davon ausgehen, dass ich einen Schritt davor plötzlich stehen bleiben muss. Weil mein Körper sonst sagt, nee, dann fällst du hin. Und da sind so viele Menschen draußen und so viele Autos. Das war einfach gesagt, sei froh, du bist draußen, du bist im Wald. Ja, das reicht aber nicht. Oh Gott, ey, kurz. Ja, das reicht. Ja, das reicht. Ja, das reicht. Ich bin wieder total in meinem Laufzwang angekommen. Und als ich es gestern Morgen gewagt habe, mir einen Grund zu wünschen, dass ich nicht loslaufen muss. Und dann anschließend der Teller auf meinen großen Zeh fiel, was eine blutige Wunde hinterließ, warf mir Rumpelstilzchen vor, dass das Absicht gewesen wäre. Ich war trotzdem laufen, mit der nötigen Dosis Dramal. Und letztendlich war ich froh, dass ich losgerannt war. Ich vermag an diesem Punkt der Geschichte noch nicht zu sagen, dass ich mich nun zurück ins Leben kämpfe, Stück für Stück. Aber eins steht fest und gilt scheinbar für die letzten 15 Jahre. Wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Irgendwie. Ich kann gar nicht anders. Das Leben ein einziger Kampf. Ein Kampf mit mir, mit meinem Leben, um mein Leben. Und schon ist das nächste Bild abgeschlossen, beziehungsweise ein weiterer Monat um. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Blätter fallen. Das Bild wie Sprechen, noch mehr als die Bilder davor. Die Frage ist nur, ob ich es lasse. Auch ich hätte viel zu sagen, zu erzählen, aber ich darf nicht. Denn letztendlich sind alles nur Hypothesen, keine Fakten, keine Erinnerungen. Doch dass sich auch mir diverse Zusammenhänge erschließen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie habe ich dieses Kind gehasst, wie habe ich es verabscheut. Wie verzweifelt habe ich versucht, jeglichen Erwachsenen Zug aus dem Gesicht zu radieren, auszumerzen. Und ich werde das Gefühl nicht los, es ist mir immer noch nicht gelungen. Und nun ist es da und es guckt mich an. Was wird der Blick sagen? Frag nach. So katastrophal wie jetzt gerade lief es auch noch nicht. Ich schaffe, wenn es drauf, wenn es hoch her geht, vielleicht acht bis neun Sekunden durchzulaufen. Und jetzt nicht Wut und Brand umzukehren, wo es noch kein Kilometer ist. Es fällt verdammt schwer. Was mache ich denn zu Hause? Mich aufschlitzen? Mich massakrieren? Noch mehr Tropfen nehmen? Mich komplett abschießen? Ich kapiere es einfach nicht. Was? Was? Was ist es? Weil ich jetzt in den Schluss gefasst habe, doch etwas zu sagen, doch etwas zu erzählen? Ist es das? Darf ich nicht? Muss ich jetzt bestraft werden dafür? Solvex, ich bin draußen, sprüche 10 Grad gar nicht. Ich werde nicht besser. Ich habe jetzt einen Kilometer. Und ich frage mich eigentlich nur, ob ich bei meinem Termin im November bei meiner Ärztin auf Knien angerutscht kommen muss, um sie anzuflehen, mir die Cannabis-Reparate zu verschreiben. Wenigstens versuchen. Probieren. Auch wenn man so keinen Spastik feststellen kann, jetzt gerade im Moment ist eine Spastik da. Definitiv. Ich habe jetzt die letzten beiden Tage mit mir gehadert, ob ich das machen soll, was ich gleich machen werde oder nicht. Aber es ist mir ein Bedürfnis, es auszusprechen, weil es so lange ein Geheimnis war und einfach zu dem Ganzen dazugehört. Und das war eben auch der Grund, warum ich gestern wahrscheinlich nicht laufen durfte, weil ich im Vorfeld bestraft werden musste für das, was ich jetzt gleich mache. Bevor ich meinen Psychoanalytiker kennenlernte, wusste ich nicht, dass ich eine Amnesie habe. Mir war nicht bewusst, dass mir Jahre meiner Kindheit fehlen. Ich hatte einfach nur meine Symptome. Und auf genau die möchte ich jetzt etwas näher eingehen, um das Bild von mir komplementieren zu können. Sebastian hat mir vor ein paar Tagen das Campus-Buch aus der Krabbelbox mitgebracht. Und ich lese ja nie, aber jetzt habe ich angefangen. Und gerade eben bei dem Kapitel über ihre Bettnässe-Reichung flennt wie ein Schloss. Ja, ich war auch so ein glücklicher Bettnäßer. Da kamen einige Erinnerungen hoch, als ich das gerade gelesen habe. Vor allem an diese Kautschukmatten. Und dieses nächtliche Gewecktwerden, dass man aus Klo muss. Ja, okay. Zurück zu den Symptomen. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr bis ein Jahr gebraucht, bis ich das mal angesprochen habe in der Therapie. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Nicht mal Sebastian. Ein Abend sah früher für mich so aus, dass ich... Ja, Abendrot, das ist mein Lieblingsthema. Dass ich im Abendrot meine Mutter sterben gesehen habe. Und dann, wenn ich nachts im Bett lag, habe ich geflennt. Ich habe jede Nacht geflennt, weil ich sie sterben gesehen habe. Und dann irgendwann habe ich angefangen, darauf mit Masturbation zu reagieren. Und währenddessen mir vorzustellen, dass ich umgebracht werde. Mein Psychoanalytiker hatte das eine Riesenfreude, als ich das endlich ausgespuckt hatte. Der Witz ist, wenn mir das jemand erzählt, schrillen meine Alarmglocken. Total. Und ich sage, um Gottes Willen. Für mich ist das normal gewesen. Ich bin so dreckig, ich bin krank, ich bin abgedreht. Es ergab keinen Zusammenhang. Und gestern Vormittag, wir haben das jetzt schon tausendmal durchgekaut, dass das ein eindeutiges Indiz sein muss, weil ich zum ersten Mal ganz dicht dran an dem Gefühl, dass er recht hat. Also, dass mir jemand eingeredet haben muss, wenn du das deiner Mama erzählst, dann stirbt die. Oder das bringt die um. Das darf die nie erfahren. Und so zieht sich das bis heute fort. Meine Sexualität ist nicht meine Sexualität. Ich habe keine Sexualität. Wenn ich eine habe und praktiziere, dann ist es die des Täters. Denn in meinem Schädel läuft eine Non-Stop-Vergewaltigung ab. Und bin vor ein paar Tagen auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ich diese Sexualität dem Täter zurückgeben möchte. Ich weiß immer noch nichts. Das Schöne ist nur, dass das Traumal scheinbar als eine Art Hypnotikum fungiert und es viel einfacher macht, in dissoziative Zustände abzudriften. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Vielleicht allgemein. Sexualität ist für mich etwas Bedrohliches. Alle Männer sind scheiße. Aber es ist natürlich viel einfacher, dem Täter in Trojekt zu folgen und dieselbe Scheiße wieder zu geben, die schon er sagt, ich bin selber schuld. Ich bin dreckig. Ich bin von Natur aus dreckig. Naja. Jetzt ist es gesagt. Jetzt können all die dummen Menschen kommen und sich drüber lustig machen. Ist nicht schlimm. Ich bin es eh nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich bin sowieso schon grunddreckig. Ich habe meinen Stoff. Ich habe meine Rasierklingen. Und wenn ich wage jetzt zu sagen, ich will das alles nicht mehr, lehne ich mich schon verdammt weit aus dem Fenster. Ich habe meine Rasierklingen. Ich habe meinen Rasierklingen. Ich habe meinen Rasierklingen. Vielen Dank.